Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Heute machen wir etwas sehr, 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 sehr Verrücktes. Ich schreibe meiner Ex-Freundin und ich hab echt Angst, wie sie reagiert. Ich bin aber auch echt gespannt, wie sie reagiert. Let's go. Scheiße. Alter, ich will gar nicht anfangen. Ich fang an. Wie soll ich anfangen? Normales Hey. Hey. Punkt, Punkt, Punkt. Scheiße. Alter, mir ist voll warm. Ist sie online? Nee. Aber sie hat mich nicht blockiert. Aber ich glaub, nicht eingespeichert. Kein Profilbild. Scheiße, scheiße. Alter, warum braucht sie so lange? Mann. Ey, das fühlt sich so komisch an. Stellt euch vor, das ist euer Ex-Freund, eure Ex-Freundin. Ey, ich hab so herzklopfen. Okay, ich melde mich wieder, wenn sie zurückgeschrieben hat, weil das dauert echt lange. Vielleicht ist sie gerade auf dem Klo oder was weiß ich, oder fickt gerade einen anderen Typen, wer weiß. Alter, schon zwei Minuten her. Wieso schreibt sie nicht zurück? Die hat safe gesehen, safe, safe, safe. Das wird immer benachrichtigt. Alter, mir gingen gerade tausend Sachen durch den Kopf. Was hab ich gemacht? Wie peinlich, scheiße. Alter, sie ist online. Was soll das heißen? Hey. Punkt, Punkt, Fragezeichen. Ah, so ein Hey. Hey. Wieso schreibst du mir? Alter, es ist so schwierig. Was soll ich schreiben? Ich schreib. Erinnerst du dich noch an mich? Erinnerst? Okay, nee, das ist dumm. Ich glaub, sie weiß, wer ich bin. Egal, ich schreib mal. Alles klar, wahrscheinlich. Ah, mich. An. Mich. Junge. Oh, online. Ja, natürlich. Aber. Es macht einen guten Eindruck. Also nicht so ein Verpisst sich, was willst du von mir? Sondern. Sie will. Ja, natürlich. Jetzt, ich werde ein bisschen sentimental. Ich musste in letzter Zeit sehr oft an dich, an dich denken. Punkt, 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 damit es noch damit es nicht so aggressiv rüberkommt. Eher so zurückhaltend. Boah, jetzt bleibt sie online. Wahrscheinlich schreibt sie eh gerade mit ihrem Freund. Schickt Screenshots, macht sich drüber lustig. Hm, okay. Was? Hm, okay. Ey, Mädchen sind so anstrengend, wirklich. Aber. Ey, es ist so schwer, sie geht so auf Abstand, aber irgendwie auch nicht. Ich frage sie, ob sie auch an mich gedacht hat. Aber die schreibt jetzt sowieso nein. Boah, was mach ich da? Die Arme. Die Arme. Scheiße. Sie schreibt, sie schreibt, sie schreibt. Sie schreibt. Alter, schreibt schneller. Alter. Ey, ich bin so aufgeregt. Scheiße. Es war so ein Fehler, das zu machen. Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Scheiße. Scheiße. Wie ich mir gedacht habe. Sie hängt noch an mir. Das kann man sehr leicht herauslesen, weil sie versucht, alles zu vergessen. Sie sagt nicht, sie hat alles vergessen. Sie sagt, sie versucht es. Vergeblich. Sie schafft es nicht. Boah, die Arme. Tut mir so leid. Scheiße. Sie ist sehr traurig. Sehe ich anhand der Smileys. Scheiße. Das wird voll traurig. Ich will nicht mehr weitermachen. Hast du noch Gefühle für mich? Boah. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Scheiße. Ich wusste es. Scheiße. Ey, das ist so mies. Ich kann nicht weitermachen. Ich muss auflösen. Ich muss aufhören. Ich liebe dich immer noch. Scheiße. Ich breche ihr Herzen zweites Mal. Ey, wenn jetzt das kommt, was ich denke. Alter, warum schreibst du so lange? Scheiße. Scheiße. Sie hat damals gesagt, sie hat keine Gefühle mehr. Egal, ich zieh durch, mach weiter. Ich frag sie jetzt, ob sie sich treffen will. Die Armen, sie tut mir so leid. Scheiße. Das war ne scheiß Idee. Ich hab ihr jetzt so Hoffnung gemacht. Scheiße. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich glaub eher nicht, sorry. Boah. Ich bin erleichtert, aber auch irgendwie ein bisschen verletzt. Alter, warum sagst du sie nein? Aber jetzt, ich kann jetzt eigentlich gar nicht mehr weiterschreiben, weil sie hat abgelehnt. Sie will sich nicht treffen. Sie will nicht weiter. Sie hat einfache Angst, noch mehr verletzt zu werden. Ne, wir brechen ab. Wir brechen ab. So, Leute. Falls es euch gefallen hat, diese verrückte Geschichte mit meiner Ex, lasst ein Daumen nach oben da. Ein kurzer Kommentar wäre auch ganz lieb. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich bereue es. Fuck. 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 Vielen Dank.